Guten Tag Herr Monheim, wir haben heute unseren ersten Termin. Was bringt Sie zu mir? Ja, ich habe zurzeit ein paar Schwierigkeiten zu Hause, die ich einfach nicht lösen kann. Aber ich meine, ich sehe es nicht als großes Problem, weil es passiert also sehr selten. Und dann sind es auch Ausnahmesituationen. Also ich habe das allererste Mal, dass ich überhaupt jemand geschlagen habe oder halt eine Freundin oder eine Frau. Ich bin kein Gewalttäter. Entschuldigung. Sie haben Ihre Frau geschlagen. Ja, als Notwehr. Sie brauchen nicht einfach mehr zu mir so patzig sein, dann wird das irgendwie auch schon wieder werden. Nein, das Problem ist in erster Linie natürlich meine Frau. Aberый ist nicht logisch. Danke. 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 Danke.